KICKER TV, der Talk mit Marco Hagemann. Der ein oder andere Transfer ist sicherlich auch kritisch zu sehen, aber der Tabellenplatz, den Sie momentan belegen, da entsteht auch ein Druck natürlich, auch auf Heidel, auch auf Weinzierl. Sie sind nicht so gestartet. Wir erinnern uns, Sie sind mit fünf Niederlagen gestartet, haben sich dann kurz vor Weihnachten ein bisschen gefangen, sind jetzt wieder schlecht in die Rückrunde gestartet. Ja, und ja, dann ist der Druck natürlich da, dann schreit man nach Verstärkung. Das eine oder das andere passt nicht im Kader. Diese Spieler, die man im Winter holt, die muss man gut gescoutet haben. Die muss man über viele Monate auch in Gesprächen am Tisch gehabt haben, dass du wirklich sagen kannst, die haben die Mentalität, auch hier zu funktionieren in dem Klub.